Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Re-Infected. So, sorry nochmal für gestern für die Tonspur Geschichte. So, ich muss nur kurz was überprüfen. Ja, zuerst mal die Türen aufmachen. Ich muss nur kurz was überprüfen. Okay. Okay, ich dachte schon, ich habe das gestern nicht gespeichert. So, Kopfer, viel Kopfer, das ist es. Ich hätte heute gerne einen weiteren Kopfer-Extraktor und auch Alu geholt. Gebe ich zu, ich hätte auch gern Alu geholt. So, da ist ganz viel drin, das ist super. So, Kopfer-Extraktor, oh, ein Stein, den muss ich natürlich holen. So soll es sein. Wo ist da Ressourcenwaren? Da hinten. Okay. So, ein Stein, der Lehme-Extraktor. Och, der ist auch super. Komm, da füllen wir jetzt was ein. So, Strom an. Nein. Ach, komm. So, super. So, noch ein Kopfer-Extraktor. Den werden wir da gleich mal platzieren. Sonstiges. Ja, einmal Kopfer. Kann nicht schaden. Das muss hier, das soll so sein. Da ist eh kein Fenster. Wunderbar. Ich glaube, da ist es ideal. Kann man noch rüber rutschen. Ein wenig eher so nah wie möglich am anderen. Ja. Ja. Super. So, wir brauchen acht Bretter, acht Nägel und ein paar Schrauben. Oh, ein Stein. Acht Bretter, acht Nägel. Ja, die nehmen wir nicht. Technik, die begeistert Nägel, Schrauben. So. Rädchen. Acht Stück. Nochmal acht Stück. Wir haben acht Stück. So, jetzt nehmen wir da auch gleich ein paar Eisenbahnen. Jetzt weiß ich leider nicht, wie viele Petrinnen reingeworfen haben. Drüben. Ja, das werden wir gleich wissen. So. Wow. So, Schrauben alle drinnen und vier Eisenbahnen noch. Dann nehmen wir auch drei Kopfer. So. Dö, 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 dö. Super. Kommen wir gleich vier rein. So, einmal hier. Strom an. Dann hier. Strom an. Super. So, jetzt passt's. So, extra hier Kopfer. Ach komm, machen wir noch Stein. Das passt schon. Dann haben wir eine mit Kopfer. Und zwei mit Stein. So soll das für den Anfang sein. So, wir haben das. Ich hätte noch gerne. Das werden wir aber oben deponieren. So. Ein kleines. Brauchen wir für die Regale Lager. Äh, ne, ne, wahrscheinlich, ja. Lager. So. Eisen. Schauen wir mal, was wir da haben. Das würde ich gerne so lassen. Da kommt noch einer drauf. Das bauen wir jetzt gleich. Platzierbar Lager, nämlich Stahl. Genau. Sind die so richtig? Ja. So, da kann der Stahl Lager drauf. Moment, Moment. Nur richtig setzen hier alles. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht einen Ticken auch wieder. So. Okay. Nägel. Wir nehmen uns mal drei, vier, fünf. Und machen daraus mal hier. Ein paar Nägel. So, wir brauchen Brätchen. Da holen wir uns einen ganzen Schwung neuer Brätchen. Yeah. Ja, wie viele Brätchen. So. Super. So, sind ganz viele. Ist aber okay, weil wir brauchen sie auch. Laufen die eigentlich? Die Öldinger? Ja, laufen. Und die vier auch dazu. Ich weiß, Alu müsste man holen. Ah, das sollte man vielleicht vorher machen. So, egal. Jetzt haben wir da mal den hier. Hier. So. Und da würde ich gerne vorher erstmal... Ach komm, da können wir eines noch am Rand hinschen brauchen. Was machen wir? Das machen wir. Aber was für ein Lager. Nochmal Eisen. Ja, wir machen da nochmal Eisen. Einfach so. So. So, und drüber nochmal Eisen. Ein platzierbar Lager. Eisen. So. Ach komm, das passt schon. So, dann brauchen wir dann noch mehr Brätchen. Noch mehr Brätchen. Stöckchen brauchen wir sowieso. So. Noch mehr Brätchen. Yeah. Yeah. Mehr. Bäm. So, super. Jetzt haben wir da auch noch für Eisen vorgesorgt. So, dann würde ich jetzt sagen, wir holen uns Alu. Alles abgelegt, alles abgelegt. Oh, das müssen wir noch weglegen. Auf jeden Fall. So, die Neuschel, die brauchen wir für später. Weil, wir werden drüben nämlich, da kommt ja die Steinmühlen kommen her. Steinmühlen platzieren. Äh, hier, sonstiges. Ja. Da brauchen wir halt zwölf Elektrik. Können wir noch nicht abbilden. Geht nicht. Genauso wie das hier. Elektrik 20. Den Wagen holen. Können wir auch nicht. Das können wir auch nicht bauen. Oh, oh, das können wir auch nicht bauen im nächsten Winter. Ijai, ijai, ijai. So, hier kommen auf jeden Fall die Steine. Und da kann ich mir ruhig vorstellen. Schön vorstellen kann ich mir das. Dass wir da auch noch weitere Schmelzeöfen herbauen. Und Lager. Lager. Lager, Lager, Lager. Yeah. So. Aber jetzt wieder zurück. Da kommen Steinchen rein. Steinchen und hier läuft schon Kupfer. Also noch nicht, aber bald. Aber bald. So. Der läuft auch gut. Da könnte man jetzt sagen, wir nehmen damit so vier Stück. Damit wir es haben. Vier, fünf, sechs. So. Weil dann können wir uns nebenbei nämlich auch ein wenig um Ziegel kümmern. Alu holen wir gleich. Alu holen. So. Er hat Alu holen gesagt. So. So. Da, 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 da. Ding, 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 ding. So. Vielleicht komme ich dazwischen. Diese Woche ist es bei mir in meinem Brotberuf etwas, etwas leichter. Vielleicht komme ich dazwischen dazu, dass ich einfach Ressourcen vorbereite. Kann sein. Werden wir sehen. So. Das ist für ein Brett ausreichend. So, abräumen und reinklicken. Super, oder? Läuft. 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 Sandläume. Sandläume. So, fürs zweite Brettchen. Dann können wir nämlich gleich auch ein wenig Ziegeln verwenden. Das ist gut. So. weiter und eine lage feuchte ziegel noch dann holen wir alu so ein und so ist besser schön dass es wieder regnet gefällt mir ganz gut für nächsten winter wenn man das mit glas rauskriegen ja leider aufgrund mangel der elektrikteile nicht hin sowie sieht hier aus werden genug gespeichert überschüssiger strom 20 toll das müssen wir unbedingt erhöhen dazu brauchen wir alu die guten alten alu teile so dass man mit drüben brauchen maximal zwölf weil wir jetzt zwölf extraktoren haben es sei denn wir stehen noch einen extraktor rüber aber das sehen wir uns für später mal auf so und darüber war schwer wieso steht eigentlich der eine hier wir wissen es nicht wir werden es nie erfahren so stellen wenn ich daran warum auch immer wahrscheinlich damit ich später anfühlen kann also vorher noch einen schlucken wasser nicht mehr viel drin so die dosen die halten ja auch noch für den winter müssen wir die ganzen dosen natürlich noch befüllen und jahr ein herd ich weiß ich habe es in der nachverton folge auch noch gesagt da könnte man nämlich endlich kochen die dd die dd was ja auch nicht schlechtes kochen vielleicht so rüber kippen die fahrrichtung da ist ein berg da kann man unterspringen mit dem wagen nicht so und schon sind wir da und schon sind wir da so ich würde hier gerne auch eine bergbank aufstellen es klingt komisch aber ich hätte gerne warum auch immer ich hätte hier gerne ein häuschen ein kleines mini häuschen nichts großes nichts überdimensioniert ist zuerst füllen wir da mal ein öl 3 fehl machen wir hier mal halbieren mal halbieren da haben wir drei beim alles mitnehmen haben dass wir haben das so kohle 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 alles heraus und dann machen wir auch zwei rein so jetzt wieder genug drin wir haben jetzt noch zwei der ist voll gefüllt hier ja dann packen wir mal die steinchen rein so kohle wir werfen es gleich raus darf ihn jetzt noch zwei dann machen wir da halbieren hier die zwei kohle alles mitnehmen steinchen der reinchen und beim dritten haben wir hier kohle kohle alles raus und dann machen wir auch zwei rein so wieder genug drin wir haben hier in der kiste pack ich mal den alu batzen rein hier zwei windräder kriegen wir hin damit jedes windrad ist eine große unterstützung und hilfe für uns dass das ist schon das ist ja so haben wir hier 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 ich würde sagen wir machen hier platzieren platzierbares hier nö hier sägetisch hier ja so da packen die drei rein wenn wir hier noch dann holen wir hier auch gleich noch schulds das packt man da dazu also wir brauchen noch ein zwei platzierbares sägetisch noch dazu schneller geht's im nu wunderbar da haben wir da nämlich vier eins zwei drei und vier yeah das öl würde ich gerne runtersortieren und ja man könnte auch die behausung wir laufen kurz mal hin zum anschauen wir könnten die behausung da auch in den felsen reinbauen so als überhang hier zum beispiel das wäre echt schön dass man sagen moment wenn ich ausdauern mehr ausdauer hier regen regen wie hier dass man sagt wir haben hier einen einen zugang einen eingang und sondern hier drüber hier fangen moment und dann so ein wenig wie balkon hier und auf dem balkon ich mag hier das mal so fangen moment können wir hier herstellen und dann daraus auf eine art balkon das hüttchen das könnte man machen die frage ist natürlich was machen wir damit dann ich jetzt gern so wozu knochen gebrauchen wieso haben wir uns nichts gebrauchen wahnsinn wahnsinn so glas könnte man machen oder wir machen einfach hier ein häuschen kleines mini häuschen geht ja auch so 12 dann haben wir hier gehen immer gleich mal mit wenn du schon hier rum wächst einfach so so und zwar platzierbar möbel beim das werfen rein nehmen drei stöckchen 1 2 3 nein machen wir heute nicht kein tier mord super noch die 212 der schwein würde ich mir schon gerne können hier aber da warten auch noch da warten auch noch so was sagt ihr zum felsenbau dem balkonhaus hier ist doch auch eine witzige idee oder man natürlich nur viel später aber das wäre das wäre schon schön so dann würde ich gerne hier noch was kosten eigentlich eine kiste platzierbar maria kiste acht bräckchen haben wir gleich super werfen wir das ein das ein oder auch ein wenig öl drin packen auch das da dazu die samen können wir da auch lassen das lassen wir auch da stöckchen stöckchen super also ich tendiere zum balkonhaus ihr könnt mir hier gerne eure meinung sagen macht mein balkonhaus machen wir es nicht ich bin für alles offen es ist alles alles in ordnung wie auch immer ihr sagt wir können auch ein kleines hütchen einfach nur so ein zweimal zwei hütchen hier erbauen auch okay so platzierbar wir brauchen einen holzschild ständer hier ich hätte gerne noch einen zweiten hier aber ich hätte hier gerne auch breitchen ständer wobei vielleicht noch vielleicht noch eine nein keine werbung vielleicht noch einen weiteren säge tisch sörge tisch sörge tisch sörge tisch denn du bist ein südentisch so hier und dann einen brettchen ständer oh stöckchen ja wir reisen eh gleich zurück so dann könnte man nämlich da von dem balkon auch so cliff diving so das wäre super beziehungsweise es ist ja dann nicht kliff es ist eher balkon diving ja ist aber auch eine feine sache schön gemütlich ich muss euch sagen ich mag den morgen zu starten ja früh aufsteher ist muss sein es ist so ich mag es den morgen zu starten mit einer kleinen wirklich gemütlichen runde infekte das mag ich funktioniert gut mag ich ist gut so da könnte man eigentlich auch fertig bauen oder sehe ich schon so so den da so okay und die stämme auch noch dazu so irgendwann haben auch einen wagen da so weit so klar der wagen der ist dann auch noch das so und den stämme da eher dazu So, zünden wir ihn aber an. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Das war meist eine Puppe, oder? So. Die noch da her. Super. Ein Brettchen entsteht da noch, oder passt das so? Ich würde es uns sagen, wir packen jetzt den letzten Ertrag aus den Extraktoren und ziehen von Dannen. Von Hinnen nach Dannen. So, letzter Ertrag. Ist noch nichts da. Und doch, Kohle. Yeah. Endlich Kohle. Alles nehmen. Kohle, super. So, na dann. Zurück mit uns. Wir können ja nicht wegen jedem Stein stehen bleiben. Es wird schon bald dunkel. Es wird schon bald dunkel. Ja, sagt mir, ob wir vielleicht hier ein kleines, also nichts aufwendiges. Auch das Balkonhaus, nichts aufwendiges, weil der wahre Palast kommt ja dann eh hier. So, in unserer Base. To the Base, to the Base. So. Für den Harsperren. Nein, das nehmen wir mit. Ganz schön viel. Ganz schön viel Alu geholt. Super. Ich finde unser Base schon schön. Ja, wenn dann hier der Rest mit dem Palast noch dazu kommt, super ist das. Ach komm, ich wollte gerade die Eisenteile holen, aber das passt schon so. Und schon wieder stelle ich es direkt vor der Tür ab, ob das gut ist oder nicht, sagt uns dann das Licht. So, da haben wir das ganze Zeug drin, da ist noch nichts drin. So, bisschen da, raus, das darf da rein. Dann haben wir mal hier, alo, 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 yeah. Dann haben wir hier, alo, 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 yeah. Eine noch, danke. So, und hier, super. Und die zwei, wir brauchen noch fünf. So, super. Sehr schön. Ach, die Fragments legen wir da oben. Schade, schade, schade. So, das ist ausgetauscht. So, dann haben wir hier noch. Yeah. Super. Wir haben hier ein wenig Kopfer. Das bringe ich mal rauf und schauen wir mal. So, weil soweit ich mich erinnere, hat hier Kopfer gefehlt. Ja. Oh, nein. Einer fehlt noch. Was fehlt ihm noch? Zwei alo und drei Kopfer. Zwei alo und drei Kopfer. Okay. Alu haben wir im Moment noch keins. Drei Kopfer, bringen wir rauf. Weil dann haben wir die Photovoltaikmodule auf beiden Seiten nämlich fettig. Fettig, sag ich nur. Fettig. Wie viel ist das? Mit danach. Hm. Zwei alo, zwei alo, zwei alo, alo, alo. Didi, 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 ding, 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 ding. So. Melone Rhyme. Haben wir noch genug Platz? Ja. Würde nämlich gerne zwei Dosen befüllen. So. Dabei haben wir ja drüben gelassen. So. Da haben wir auch noch Steinchen drin. Genauchen. Steinchen. Genauchen. Wow. Okay. Und eines rein. Hm. Hm. Okay. So. Wir sind ein wenig überladen. Macht aber nichts. Oh, noch ein Stein. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Damit ich überladen bin. So. Wir können die Melone essen. Sind nicht mehr überladen. Das reicht für zwei Dosen. Das machen wir nämlich. So. Alles raus hier. Aber dann kriegen wir in der heutigen Folge ja auch noch die ganzen Fotos. Waren heute keine Wambis da? Heute kein Wambi-Besuch. So. Auch gut. So. Sehsam. Aber gut. So. Zwei fehlen hier noch. Dann eins, zwei. So. Wir schleppen uns ganz, ganz vorsichtig rüber. Wie spät ist es? Fast Mitternacht. Fast auch so. So. Und gleich haben wir es geschafft. Noch nicht. So. Hier. Dann wenig Alu. Wir brauchen, ich glaube, zwei Alu. Ja. So. Dann laufen wir mal rauf. Super. Da ist noch immer Strom drin. Toll. 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 Zwei Alu da. Oh. Vier heißen noch. Okay. Die holen wir. Da. 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 So. Dann ist nämlich das mit den Photovoltaikmodulen auch erledigt. Yeah. 20 Stück. Sind das 20 Stück? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Da. Da. 14 Stück. Ich hätte gerne 20 Stück gehabt. Ja. Da geht es natürlich jetzt runter die Leistung. Aber das ist so. So. Meine Lieben. Ja. Heute eine etwas kürzere Folge. Keine Angst. Morgen machen wir wieder eine etwas längere Folge. Das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Und ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Once. Einmal. Wenn Sie mal etwasen.